Der FC Bayern München muss für die komplette restliche Saison auf Torhüter und Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der 36-Jährige am Samstagmorgen via Instagram bekannt gab, habe er sich einen Unterschenkelbruch beim privaten Skifahren zugezogen. Daher stehen den Münchnern mit Ersatztorwart Sven Ulreich und dem 19-jährigen Nachwuchskeeper Johannes Schenk nur noch zwei Torhüter zur Verfügung, was schon so ein bisschen mau ist, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität würde ich sagen. Und daher habe ich jetzt für das Video mal ein paar Kandidaten und Optionen rausgesucht, wie der FC Bayern den Ausfall kompensieren könnte, sei es jetzt intern oder eben auch extern mit Neuzugängen. Betrachten wir zunächst einmal die internen Möglichkeiten und die erste Option wäre da natürlich einfach Sven Ulreich, der dann von der Nummer 2 zur Nummer 1 aufrückt und somit eben den Rest der Saison die Rückrunde spielen würde in jedem Spiel. Allerdings fände ich das persönlich keine gute Lösung. Ich finde Ulreich ist als Nummer 2, der ab und zu mal den Stammtorwart ersetzt, okay. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dass es ein Transferfenster gibt, dann sollte man denke ich schon einen besseren holen. Denn Ulreich ist sowohl in der Strafraumbeherrschung als auch vor allem fußballerisch nicht wirklich gut. Das hat man vor allem bei der Saison beim HSV gesehen in der zweiten Liga. Da war er fußballerisch schwach mit dem Ball am Fuß und auch ansonsten jetzt kein wirklich sicherer Rückhalt und dementsprechend finde ich fragwürdig, ob er überhaupt das Bundesliga-Niveau hat. Aber es gäbe tatsächlich ja noch eine weitere interne Möglichkeit, denn man hat ja Alexander Nübel an die Aas Monaco verlieren. Da bestände die Möglichkeit, die Laie abzubrechen. Klar, da muss man ein bisschen zahlen, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Und ich halte ihn auch auf jeden Fall für einen besseren Torwart wie Ulreich. Dennoch bin ich kein allzu großer Fan von ihm, auch wenn man sagen muss, dass er sich bei Monaco bis jetzt echt gut gemacht hat und gut weiterentwickelt hat. Also es wäre auf jeden Fall keine schlechte Lösung. Aber wenn man einen der folgenden Namen, denn ich werde jetzt noch ein paar externe Optionen nennen, die man holen könnte, das wären dann doch noch mal ein bisschen bessere Lösungen, zumindest meiner Meinung nach. Ein möglicher Transfer wäre ein Torhüter vom FC Chelsea. Ich kann mich da gar nicht mal wirklich auf einen Namen festlegen, denn die haben sowohl Kepa als auch Mondi, die beide bei ihnen im Tor stehen könnten, potenziell. Unter Tuchel war es meist noch Mondi, der Stammtorhüter war. Jetzt unter dem neuen Trainer Graham Potter war es eigentlich eher Kepa. Der war dann am Ende der Hinrunde noch ein bisschen verletzt, dann war es wieder Mondi. Aber ich denke, im Normalfall sollte Kepa der neue Stammtorwart sein. Und dementsprechend wäre Mondi auf jeden Fall daran interessiert, einen neuen Verein zu finden. Und ich denke, Chelsea wäre auch daran interessiert, ihn loszuwerden. Nämlich hat man da auch noch jemand in der Hinterhand bei Chelsea, zu dem ich gleich noch kommen werde. Zu Mondi selbst, auf der Linie ist er wirklich Weltklasse. Als Chelsea Champions-League-Sieger wurde, wurde er zum Welttorhüter. Aber man hat auf jeden Fall bei ihm gemerkt, mit dem Ball am Fuß ist er jetzt nicht ganz so stark. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der gegen einen Transfer spricht. Aber ich denke, an sich hätte Mondi schon das Niveau für die Bayern. Und wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, sei es jetzt eine Laie für die Rückrunde oder ein fester Transfer. Wobei ich da eher für eine Laie plädieren würde, aus Sicht der Bayern. Was meinte ich gerade mit dem Torwart in der Hinterhand von Chelsea? Und zwar haben sie Gabriel Slonina von Chicago Fire verpflichtet. 18-jähriges Torhüter-Talent, der in der MLS Stammspieler war, wirklich jedes Spiel gemacht hat. Und der Mann hat wirklich enormes Potenzial. Chelsea hat ihn zurückverliehen, erstmal in die MLS. Jetzt zum Jahreswechsel wird er zu Chelsea in den Kader rücken. Der wird erstmal nicht spielen, gerade weil man da eben Kepa und Mondi vor ihm hat. Und daher fände ich eine Laie für die Bayern schon machbar auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob die Bayern sowas machen, weil das wäre schon ein Risiko. Der hat noch nie in einer Top-Liga gespielt. Und dementsprechend wäre es riskant. Aber ich fände es auf jeden Fall eine interessante Lösung und würde es gerne sehen. Aber dann doch eher unrealistisch. Die nächste Option wäre Samir Handanovic. Der Mann ist mittlerweile 38 Jahre alt. Zu Beginn der Saison war er noch Stammtorhüter bei Inter Mailand. Mittlerweile hat er seinen Stammplatz an André Onana verloren. Und dementsprechend wäre ein Transfer auf jeden Fall machbar für die Bayern. Er ist enorm erfahren. Vor allem auf der Linie ein guter Torhüter. Und ich denke, da könnte man auf jeden Fall jemanden holen, der problemlos für die Rückrunde ins Tor steht. Und dann halt eben, ja, je nachdem was man macht. Ich denke, eine Laie würde Inter Mailand nicht machen. Ich denke, realistisch wäre einfach ein Transfer und ein Vertrag, der eben nur für die sechs Monate laufen würde. Auch der nächste Torwart spielt bei einem Top-Club aus der Serie A. Beziehungsweise spielt eben nicht. Denn aktuell muss er sich auf der Bank zurechtfinden bei Lazio Rom. Und es handelt sich dabei um Luis Maximiano. Die Story zu ihm ist so, er ist jetzt 23 Jahre alt, kam aus der Sporting-Jugend, ist dann eben zu Granada in die spanische erste Liga gewechselt. Und war da wirklich statistisch gesehen einer der besten Torhüter der Liga. Hat da extrem viele Expected Goals verhindert. Und dementsprechend ist er jetzt im vergangenen Sommer zu Lazio gewechselt für 10 Millionen. Was dann aber passiert ist, ist echt kurios. Maximiano stand also im Tor im ersten Saisonspiel, im ersten Ligaspiel von Lazio. Das Spiel läuft sechs Minuten und er bekommt eine rote Karte für ein Handspiel außerhalb des Strafraums. Dementsprechend kommt der Ersatz-Torwart Provedel rein. Und der macht seine Sache so gut, dass er die komplette Hinrunde durchspielt und Maximiano keine Einsatzminute mehr erhält. Das heißt, er hat diese Saison sechs Minuten gespielt, obwohl er eigentlich als Nummer eins vorgesehen war. Und deshalb denke ich, dass eine Laie für beide Seiten eine Option wäre. Sowohl für Lazio, weil er da eh nicht spielt, aber perspektivisch gesehen die Nummer eins sein könnte. Aber halt eben auch für Bayern, die einen Torwart mit der Qualität brauchen. Und Maximiano hat gezeigt, dass er in der Top-Liga auf jeden Fall das Niveau hat. Und spielt halt aktuell nicht, weil ein anderer Torhüter vor ihm auch gute Leistungen zeigt. Eine weitere Option würde Keila Navas darstellen. Der ist mittlerweile fast 36, spielt diese Saison aber überhaupt keine Rolle bei Paris Saint-Germain. Hat sich ja in der Vorsaison noch den Stammplatz mit Gianluigi Donnarumma geteilt. Mittlerweile ist er gesetzt. Navas hat kein einziges Spiel gemacht. Und dementsprechend wäre er auf jeden Fall zu haben. Sein Vertrag läuft nämlich noch bis 2024. Im Sommer kam kein fester Wechsel von ihm zu Neapel zustande. Und dementsprechend wäre Paris, denke ich mal, froh, ihn loszuwerden. Auch wenn es mal nur für eine Laie ist. Und daher denke ich, dass eine Laie auf jeden Fall machbar wäre. Ich denke, ein fester Transfer macht für Bayern keinen Sinn. Aber eine Laie eben für den Rest der Saison, da Paris dann eben auch sein Gehalt nicht zahlen muss. Und daher würde das, denke ich, für alle Seiten Sinn machen. Der nächste Torhüter macht gerade bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Vor allem, was die Elfmeter angeht. Aber auch im Spiel ist er wirklich ein herausragender Rückhalt für Kroatien. Und spätestens jetzt wisst ihr, um wen er sich handelt. Nämlich um Dominik Livakovic. Spielt derzeit bei Dynamo Zagreb. Ist tatsächlich schon 27 Jahre alt. Und schwimmt so ein bisschen unter dem Radar. Macht immer bei Kroatien auf sich aufmerksam. Aber was jetzt den Klub angeht, hat er es nie aus seinem Land rausgeschafft. Obwohl er eigentlich schon ein Torhüter ist, der auf jeden Fall das Potenzial hätte, in der Top-Liga zu spielen. Und ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Besser als Ulreich und Nübel ist er meiner Meinung nach allemal. Da würde natürlich nur ein fester Transfer in Frage kommen. Wenn er kommt, würde er auf jeden Fall die Rückrunde spielen. Dann wäre halt so ein bisschen die Frage, was ist, wenn Neuer zurückkommt. Da hätte man dann halt einen vor seine Nase gesetzt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem wie er sich zeigt, dass er dann eben die Nummer 1 wird. Oder halt eben wieder ins zweite Glied rückt. Weil ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so unattraktiv für einen aus der kroatischen Liga, dass er jetzt die Nummer 2 bei Bayern ist. Mit Aussicht auf die Nummer 1, falls Neuer dann mal aufhört. Und dementsprechend auch eine gute Option Dominik Livakovic. Die letzte Option würde auch wieder nur für eine Laie in Frage kommen, denke ich mal. Und zwar handelt es sich um Alphonse Areola, Torhüter von Frankreich. Spielt derzeit bei West Ham United. Wechselt sich da so mehr oder weniger ab mit Lukasz Fabianski. Der ist auch schon älter. Aber wer er die Nummer 1 ist, ist halt eben Fabianski. Dementsprechend, wenn das Angebot stimmt, man ein bisschen drauf zahlt für eine Laie, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man den loseisen kann von West Ham. Eben für die Rückrunde. Und dann kann der halt zurückkehren und bei West Ham auf lange Sicht die Nummer 1 werden. Aber eine Laie wäre da durchaus denkbar. Ich meine, Areola, er hat jetzt nicht so viele Spiele gemacht in seiner Karriere. Aber er hat halt eben auch die Erfahrung bei Paris, bei Real Madrid und so weiter mit absoluten Top-Torhütern zusammen trainiert zu haben. Und ich denke, der wäre auch keine schlechte Option. Dennoch eher schwierig umzusetzen im Vergleich zu den zuvor genannten. Das sind also soweit alle meine Optionen für den FC Bayern, wie sie sich für die Rückrunde auf der Torhüterposition aufstellen könnten, um dabei so wenig Qualität wie möglich zu verlieren. Was sagt ihr zu meinen Optionen? Was ist die beste? Was macht für euch überhaupt keinen Sinn? Und schreibt mir gerne auch weitere Optionen in die Kommentare, was ihr da so für Möglichkeiten seht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.